Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu den Algorithmen und Datenstrukturen. Heute lernt ihr eine ganze Kategorie von Algorithmen kennen. Denn ja, diese Algorithmen sind ein bisschen stumpf und deswegen heißen sie auch Brute Force Algorithmen, zu deutsch brutale Gewaltalgorithmen. Und ja, wir haben dort einige Algorithmen drin, die tatsächlich einfach nur eins machen. Und zwar, wie ihr hier rechts an diesem wundervollen Sudoku seht, es wird einfach alles ausprobiert, also wirklich komplett alles ausprobiert. So wie man das zum Beispiel auch beim Passwort-Cracken macht und da könnt ihr auch gerne mal in meine Tutorial-Reihe reingucken. Aber ja, man probiert wirklich von Anfang bis Ende alles aus. Das Beispiel hier ist ein Sudoku und da kann man wunderbar sehen, wir fangen oben mit der 1 an, dann machen wir mit der 2 weiter, dann mit der 3, dann mit der 4 und so weiter und so fort. Und wir machen das, also wir fügen quasi überall alle möglichen, also klar, wir sind jetzt nicht stumpf und fügen dann noch im ersten Fältchen, also hier oben eine 3 ein, denn für die Leute, die vielleicht Sudoku kennen, wissen, dass hier keine 3 mehr reinkommen darf. Das heißt, wir machen sozusagen intelligentes Brute Force, ja. Und wir gucken dann hier, okay, wenn wir die 1, 2, 7 und 4 so anordnen, kommen wir dann auf eine Lösung, die möglich ist. Und wir gucken dann die ganze Zeit, ist das eine Lösung, die okay ist oder kommen wir da auf ein Problem. Und je nachdem, was wir hier anordnen, kriegen wir natürlich immer irgendwo anders Probleme. Und im Endeffekt machen wir nichts weiter, als wirklich alles auszuprobieren und die Lösungen wegzuschmeißen, die hier tatsächlich, ähm, nun ja, nicht möglich sind, weil sie auf irgendeinen Fehler stoßen. Und das ist natürlich eigentlich relativ, ähm, ineffizient, möchte man meinen, aber wir sehen, dieses Sudoku hier wird auch irgendwann gelöst. Also, ihr seht's ganz kurz mal aufploppen, während die GIF abspielt. Ähm, ja, ist tatsächlich möglich, damit etwas zu lösen. Und da ein Computer ja super schnell ist, kann er das natürlich auch einfach mit Brute Force lösen, okay? Und genau so funktioniert das im Endeffekt. Das heißt, ihr probiert einfach alles aus und was nicht möglich ist, schmeißt ihr wieder weg. Das macht man beim Passwörter-Cracken so, weil Hashes zu knacken ist einfach eine Brute Force-Aufgabe. Das macht man beim Kryptografie-Knacken. Das macht man teilweise bei Sudoku. Es gibt auch intelligentere Strategien bei Sudoku, aber seien wir mal ehrlich, wer hat Bock, eine intelligentere Strategie für Sudoku zu implementieren, wenn man das auch machen kann. Und ja, dann gibt es im Endeffekt noch sehr, sehr viele mehr Möglichkeiten. Und was wir hier sehen, ist auch eine Art Stack-Datenstruktur, die hier verwendet wurde, um alle Möglichkeiten auszuprobieren. Das heißt, hier ist auch wieder die Datenstruktur interessant für den Sudoku-Algorithmus. Denn ja, wir haben hier im Endeffekt die Möglichkeit 1, 4, 1, 2, bla, bla, bla. Und die packen wir alle auf unseren Stack drauf. Und jedes Mal fügen wir quasi neue Möglichkeiten hinzu. Und alle Möglichkeiten, die nicht funktionieren, die schmeißen wir wieder runter von unserem Stack. Und das ist im Endeffekt, ja, eigentlich der Brute Force-Algorithmus. Das heißt, wir probieren einfach alles aus. Okay, jetzt habe ich natürlich nur zwei Beispiele gebracht. Aber Brute Force funktioniert tatsächlich für alles. Also ich kann auch eine Liste in Brute Force sortieren, wenn ich das möchte. Ist halt super ineffizient. Bei Brute Force, beim Sortieren von einer Liste, würde ich quasi die Liste so lange durcheinander schaffeln, also zufällig mischen, bis ich tatsächlich meine Liste sortiert habe. So könnt ihr euch das vorstellen. Das heißt, ich sortiere meine Liste, indem ich sie mische. Und dann gucke ich, ist sie sortiert? Nein, okay, neu mischen. Immer noch nicht sortiert? Nein, neu mischen. Und so weiter und so fort. Also ihr seht, Brute Force-Algorithmen, schön und gut. Sehr, sehr einfach eigentlich zu programmieren. Aber leider unfassbar ineffizient. Im Normalfall spricht man hier von einer Komplexität n hoch n, weil wir einfach alles ausprobieren müssen. Und das ist halt tatsächlich sehr, sehr schlecht. Gut, aber das soll es hier erstmal gewesen sein als kleine Einführung. Wir wollen uns natürlich damit noch ein bisschen mehr auseinandersetzen, aber ich dachte, ich bringe mal hier zumindest den Begriff rein, damit ihr wisst, was das eigentlich genau meint. Und ja, damit hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Nächstes Mal gibt es die Weid- und Konker-Algorithmen, beziehungsweise das Prinzip dahinter. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.